Ihr wollt mal schnell einen neuen Wald aufforsten, dann ist das kein Problem mit diesem Mod hier. Das ist der Dumbcon BL75, also der Originale, nur ein bisschen getunt, da hat man ein bisschen mal auf der Schraube gedreht. Er lässt schnellere kmh Anzahl zu, als wie 5 kmh beim Setzen. Können Sie mal testen, ich habe schon Setlinge aufgefüllt, ich sage, dass der Originale nur ein paar Modifikationen hat er immerhin. Er ist teurer und er kann schneller fahren. So, wir können dann einmal ihn senken und wir können anschalten. Funktioniert auch wunderbar. Und dann können wir mal fahren und mal gucken, was für eine Geschwindigkeit wir zusammenbekommen, während der Setzt hier. Also wir fahren schon mal ein bisschen schneller, 15 kmh. Also laut Modders sollte der Originale hier 5 kmh feiern, ich habe das jetzt gar nicht getestet, aber es sollte mal schneller gehen. Und ihr seht, er pflanzt hier gemütlich vor sich hin. So, das Ganze kann man dann nochmal in den Shop angucken. Das ist dann hier unter Forstgeräte ganz rechts scrollen. Hier ist er standardmäßig 30.000 und hier kostet er standardmäßig 28.000. Der braucht 22 kW, 30 PS und der braucht schon ein bisschen mehr Leistung, weil er eben 15 kmh fahren kann. Steht das bei diesem dabei? 5 kmh, genau. Das ist der Unterschied. In der Lok jetzt macht er ja keine Fehler, wenn man sieht, läuft ganz wunderbar, wird alles erkannt. Also ich wünsche euch viel Spaß bei neuen Waldauforsten. Und vergesst nicht, ein Baum weg, ein neuer hin. Die Umwelt muss leben. Viel Spaß.